Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Video. Und zwar heute zu einem Kaufvideo, aber nicht von einem Pferd, sondern von einem Eichhörnchen. Ja, ich habe mir ja Spirit Shrungel gekauft, deswegen habe ich ein paar Stockons verloren. Und ich habe mir mit Schillingen, also am Mittwoch direkt, als es ja rauskam, habe ich mir eine Tasche gekauft. Und zwar diese hier. Und ja, ich kaufe mir heute ein Eichhörnchen, wie gesagt. Und ja, man kann das ja schon so sehen, ne? Ja, und zwar haben wir hier das rote Eichhörnchen, das schwarze Eichhörnchen und das weiße Vierfall-Eichhörnchen. Ja. Ja, natürlich könnte ich mir theoretisch das kaufen. Ich fand diesen Preis dafür aber zu viel und es gefällt mir jetzt auch nicht so sehr. Das schwarze finde ich auch nicht so toll. Ich kaufe mir das rote, es ist billiger und es gefällt mir einfach deutlich besser. Oh. Ich meine, die Satteldasche passt zwar jetzt gerade überhaupt nicht dazu, aber das macht ja jetzt gerade auch nicht so viel aus, ne? Ja. So. Das ist jetzt mein Eichhörnchen. Och, dieses scheiß Backen, ey. Nervt so. Ja, das ist jetzt mein Eichhörnchen. Aber wartet mal, wenn ich die Grafik-Quali so ein bisschen runter mache. Vielleicht geht das dann mit der Wand. Die Wand mocht mich manchmal. So ein bisschen geht das. Ich glaube, näher kann ich nicht kommen, aber ich denke, so geht das auch schon ganz gut. So, das ist jetzt mein kleines Eichhörnchen. Ich finde es mega cute eigentlich. Ja, es ist halt rot und hat halt diesen Strich und hat halt so leicht grüne Augen. Und es schaut sich so um und hält sich hier so an der Seite fest. Sieht auf jeden Fall sehr, sehr süß aus. Ich glaube, das gleiche, ja genau, das gleiche hat sich Mila auch gekauft. Eben so über die gleiche Tasche. Und ja, schreibt mir doch mal in die Kommentare, welches Eichhörnchen ihr euch gekauft habt. Würde mich interessieren. Und was sagt ihr zu den Eichhörnchen? Findet ihr sie süß? Oder sagt ihr, naja, eigentlich nicht so. Ähm, ja, schreibt es mir auf jeden Fall mal in die Kommentare. Und wenn ihr euch eins gekauft habt, schreibt mir, welches ihr euch gekauft habt. Und wenn ihr euch, wenn ihr genug sagt, und es hättet, eins gekauft hättet, dann schreibt mir doch auch, welches ihr euch gekauft hättet. Okay, würde mich interessieren. Und damit würde ich dann dieses Video auch schon beenden. Das ist ja kurz, aber ist ja egal. No. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ich freue mich über euch. Und ja, sorry, Tosikowski und bye bye.